Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich deine Wii hier unten mit einem HDMI-Kabel an deinen Fernseher anschließen kannst, um wirklich die beste Qualität zu haben. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Es gibt nichts besseres, als am Abend einfach mal mit Freunden Mario Kart hier auf der Wii zu spielen. Doch mit so einem alten Anschluss, mit einem Skat-Anschluss, habe ich bei meinem Fernseher hinten zum Beispiel keine Chance, weswegen wir hier auf HDMI umsteigen müssen. Früher war so ein mitgelieferter Skat-Anschluss wirklich normal und jeder Fernseher hat das unterstützt. Heutzutage neue Smart-TVs haben meistens diesen Anschluss nicht mehr und wenn sie diesen Anschluss haben, bekommst du dadurch auch nur eine mittelmäßige Qualität zustande. Wenn du dir jetzt einmal die Rückseite von deiner Wii hier anschaust, dann hast du hier unten nur die Möglichkeit, dieses spezielle Kabel hier unten reinzustecken. Schauen wir uns hier doch einmal ein HDMI-Kabel an, dann haben wir hinten wirklich keine Möglichkeit. Doch hier gibt es jetzt einen speziellen Adapter, mit dem du eine Verbindung zwischen der Wii und deinem HDMI-Kabel herstellen kannst. Dieser spezielle Adapter hier passt jetzt hier unten ganz normal in die Wii rein und auf der anderen Seite haben wir einen HDMI-Anschluss und hier unten noch ein AUX-Kabelanschluss, heißt zum Beispiel für Lautsprecherboxen. Den Adapter geben wir jetzt einmal hier vorne in unsere Wii rein, natürlich richtig herum, komischerweise ist die Schrift dann auf dem Kopf, doch das ist jetzt auch erstmal egal. Der Adapter ist drin und jetzt noch das HDMI-Kabel hier vorne reingeben und somit haben wir auch schon eine Verbindung zwischen der Wii und dem HDMI-Kabel und dem Fernseher sozusagen geschaffen. Als nächstes einmal deine Wii hier unten anschalten, jetzt dauert es normalerweise noch einen kurzen Moment und gleich können wir sehen, dass die Wii jetzt auch schon richtig funktioniert. Heißt, der Übergang zwischen Wii per HDMI-Kabel an den Fernseher ist mir gelungen. Um wirklich die beste Qualität zu haben, jetzt einmal noch in das Wii-System-Einstellungsmenü gehen, hierfür einfach mal den A-Knopf drücken, dann hier links unten bei Wii-Optionen rein, dann die Wii-System-Einstellungen, hier gehen wir auch drauf. Als nächstes hier unten noch auf Bildschirm gehen, Seitenverhältnis passt normalerweise auf Fernseher und dann haben wir hier normalerweise entweder diese 50 Hertz oder 60 Hertz eingestellt und wir müssen jetzt hier unten auf HDTV 480p gehen. Und daher erkennst du auch, es ist nicht möglich auf 1080p, also Full HD zu kommen, jedoch ist diese Einstellung hier unten jetzt die beste, die du derzeit mit deiner Wii erreichen kannst. Wir klicken also hier drauf, dann noch auf Bestätigen und somit haben wir auch schon die beste Qualität von unserer Wii an unserem Fernseherdordner. Wenn du dir jetzt ein normales HDMI-Kabel oder auch diesen speziellen Adapter für deine Wii hier unten zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität, seinen relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersiedeln hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.